Hallo und herzlich willkommen bei Wien IT Business Solutions. Mein Name ist Benni und heute zeige ich euch den Nachfassen Workflow im WKS ERP System. Der Nachfassen Workflow ist ein automatischer Task, der losgetriggert wird, wenn ein bestimmter Status gesetzt wird. Den Status kann man selber auswählen, den kann man neu definieren. Das macht man in der SA20 Status. SA20 Status. Hier können wir für das Ticket einen neuen Status definieren und aktivieren. Wir haben den bei uns Nachfassen Task genannt und in der SI20 können wir den in der Workflow Verwaltung definieren. Das heißt, der Workflow startet, nachdem der Techniker das Ticket auf den Status Nachfassen Task gesetzt hat. Nach 24 Stunden geht der Status nach dem ersten Workflow auf Kunde benachrichtigt und der Kunde bekommt eine Mail mit entweder diesem Text, diesen Text oder diesen Text. Welcher Text da genommen wird, das entscheidet der Zufall. Man kann auf jeden Fall drei verschiedene Texte definieren. Wenn nur ein Text gepflegt wird, dann geht halt immer der gleiche Text raus. Nach weiteren 48 Stunden, wenn der Kunde sich nicht darauf gemeldet hat, auf die Mail, nach dem Motto, hey Moment, mein Problem ist noch gar nicht behoben, dann geht das Ticket wieder auf, wenn er sich da der Kunde meldet. Und wenn das nicht passiert, dann nach 48 Stunden geht das Ticket dann automatisch auf den Status Abrechnen, bekommt die Zuständigkeit von demjenigen, der die Abrechnung übernimmt. Das kann ein globaler Disponent sein oder auch ein bestimmter Techniker, ein bestimmter Mitarbeiter und die Priorität nach dem zweiten Workflow bekommt, in dem Fall Express. So sieht dann eben derjenige dann gleich, dass es hier ein Ticket zum Abrechnen gibt. Der Kunde hat sich nicht mehr gemeldet, obwohl man noch mal nachgefragt hat. Dann kann man das Ganze auch abrechnen. Das war's schon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr vom EKS sehen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch einen frohen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin. Ciao.